ja ja Leute und herzlich willkommen zu einer Runde wieder Time auf dem Dustmc Server ja die Runde ging gerade etwas schnell los und ich habe gerade ja bin gerade eingejoint und dachte komm spielen die Runde oder versuchen es man zumindest ja deshalb weil es auch nicht von Anfang an gerade alles drauf und ja es müsste heute Dienstag sein glaube ich hoffe ich schaffe das Video noch hochzuladen damit es für mich um 18 Uhr kommt es gibt mir eigentlich kein Thema anzusprechen heute so ich habe noch kein Minecraft gespielt übrigens also mal gucken wir haben schon mal einen geweckt sehr gut nice was können wir hier auch ein bisschen Rüstung noch besser gut da ist ein Level 2 Chessgut und die hat der hier gekriegt so du wartest jetzt hier erstmal schön ich glaube ich lege auch ein wenig aktuell also das schade ist aber egal kümmert uns nicht ich habe 400 Sekunden aktuell sehr sehr geil den hier holen wir uns auch noch ok nice ah wie viele Kills ich gerade mache heute so ok da vorne hat doch noch einer ja da sind noch mehr ok wow durchgrünen auch noch alter wann wie viele Kills ich mache ich habe jetzt erst gerade Minecraft gestartet vor allem die 10 Minuten ungefähr also nenn ich nicht mal 10 Minuten ähm ja ok ich habe jetzt fast 1000 Sekunden Zeit das ist extrem viel das ist extrem viel wirklich aber ich habe nicht so gute Ausrüstung nicht so gute Waffen oder so grüne Linie noch also wer mich töten äh töten wird der wird auf jeden Fall oder nice noxt ok bro ohne uns den oder er wird uns ok ich lauf weg sonst holt er uns noch wirklich am Ende aber nice noxt ja natürlich auch geil uiuiui ok was kommt hier aus holten ok ja da ist so weg so gut 1060 Sekunden holy shit ich kann und kommt ein wenige Generationen nehmen die man killed ich bin mir nicht zu sicher so das ist auf jeden Fall einer oh der hat einen Diamant draußen auch ok ich habe einmal gehittet es kann doch mal ah was ist das für eine Grunde ich hab schon ich hab schon die 60 Kills oder so gemacht aber ist auf jeden Fall ziemlich nice so ich habe auch noch ein Zeitflaschchen hier so nochmal 10 Sekunden mehr sehr schön gut dann bin ich nicht mehr ich bin ja extrem aufgeregt ich weiss nicht drum hehehe dass einfach so viele Kills gemacht hab grad jetzt schaue ich glaube ich ein bisschen rum mal gucken ob es noch ein bisschen mehr Kills denn gibt weil na gut ich kann mich jetzt mal ein bisschen besser ausrüsten auch so das kommt auf die 2 fast alles gut nice läuft bei uns ähm ja ich habe einfach 1000 Sekunden Zeit mal und ich gucke jetzt mal ob ich die ganze Zeit bisschen weglaufen kann und die Runde so am Ende gewinnen vielleicht wäre natürlich sehr so geil da oben sehe ich auf jeden Fall zwei Menschen so und der Socken wieder das heißt da oben dürfen vielleicht auch 2-3 sein die bisschen Schaden haben vielleicht können wir da noch ein bisschen abstauben ok ah der Video ist wieder weg genau der Video ist wieder weg aber es ist ja schon auch so dass mit der Zeit einfach auch äh Eisenschwerter oh fuck man es ist oh Gott dunkel dass mit der Zeit dann auch Eisenschwerter und Diamant-Exte spawnen können je nachdem wo wir uns natürlich auch aufpassen oder uns fürchten müssen hier und ich ah schau oh ich habe ihn getroffen nice sehr sehr nice auf jeden Fall ok mal gucken wir können den hier vielleicht abstauben uiuiui ui ok ok da der mit der Angel mich hat wieder hochgeschmissen so da oben ist der mit den ich einfach schon mal getroffen habe vorhin der hat nicht so gute Ausrüstung ich aber auch nicht aber vielleicht bekommen wir ihn mal gucken oh da ist er wieder wieder ok schnell weg aufpassen ja jetzt kann man schon etwas länger keine wieder Time mehr und ich wollte doch mal fragen ähm ob wir wieder mehr sehen wollen davon weil ähm bisher habe das ja immer relativ gefeiert so fuck ah der bekomme ich soll bekomme ich wenn ich weglaufe ich muss jetzt weglaufen leider geht nicht anders sonst sterbe ich und ich habe über 9 fuck wenn der mich jetzt mit dem Bogen kriegt wenn ich mit dem Bogen kriege jetzt dann das wäre kacke das wäre echt kacke ich will nicht dass der mit dem Bogen jetzt mich kriegt aber ich glaube er hat jetzt keinen Pfeil mehr oder so ich habe einfach mal 900 Sekunden das ist so krass so viel Zeit hatte ich echt noch gar nie glaube ich ich habe noch nie so extrem viel Zeit in New York time ok dann da kommen wir nicht mehr und er glaube ich sehr nice ok gut also sehr gut wir sehen noch drei Leute und äh ja es ist jetzt bestimmt jemand Full Iron haben wir gar nicht gesehen vorhin und da unten ist eine zwei Kiste mal gucken ob wir die kriegen wäre geil auf jeden Fall so ok schade äh was noch ansprechen wollte was vielleicht ganz wichtig ist oder was auch einige interessieren wird äh eventuell äh der PvP Crafter auch als ähm ok da hat mir die Avanti aus das heißt er wird wahrscheinlich gewinnen mal behauptlich behauptlich also ein Herz nur noch dein Ernst ja ok digi geil und auf jeden Fall äh der hat unsere Stadt gesprengt ich weiß noch nicht genau was da jetzt los ist oder was da passiert er ist auf jeden Fall gebannt hätten darf man ihm vielleicht auch keine Ahnung ne sag jetzt nicht mal nichts ähm ja das ist der aktuell Stand dazu ich hab noch nix äh da ich mich auch noch nicht darüber informiert ich werde da jetzt gar mal vorbeigucken auf dem Zero und ja wenn auch die Runde gefallen hat Leute du von gerade lol ok ich weiss nicht dass ihr auf der Erde das irgendwie zu mir meint hier aber es war auf jeden Fall eine sehr sehr geile Runde so viele Kills hab ich noch nie gemacht in einer Runde ich bin so er hat ähm nicht verrägt so oder so kann man jetzt sagen ähm aber ich hatte auf jeden Fall Glück es war eine geile Runde am Anfang und jetzt will ich euch auch sagen das auf jeden Fall einen Like da und wenn ihr noch nicht abonnt seid dann dürft ihr auch gerne ein Abo da lassen und dann will ich einfach sagen ja wir sehen uns das nächste Mal Leute bis dahin mach's gut ciao ciao